Nein! Das war die falsche Taste mal wieder. Juhu, und jetzt? Aua! 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 Boah! Wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet, ne? Aua! 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 Nicht heftig aus. So. Ein. Ein. Okay. Aua! 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 Wenn ich klein bin. Ach, da oben. Dann macht das ganze Sinn. Ah, ich drücke immer B. Ich hab so viele Assassin's Creed gespielt in letzter Zeit wieder. Mach es ja nicht aufzuhören. Mach es ja nicht aufzuhören. Renn weiter oder ich... 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 Naja. Ist wohl nicht ganz so schön. Ich frag mich irgendwie... Naja, was los ist, kann sich eigentlich jeder fragen. Ich... Ich... Aber... Ich kenn dieses... Madness-Universum nicht. Das... Okay. Okay. Mal sehen. Okay. Okay. Also. Ich habe den da... Zeit auch mir Skyrim gekauft. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Aha. Ja und ähm, bei Skyrim finde ich eigentlich richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt eine Split dafür mache. Ist wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich. Nein, das ist ja so ein Riesenspiel. Und 20 Stunden. 20 Stunden Kampagne. Da sind mal wieder 200 oder 100 Folgen. Achso, der Hutmacher. Das ist, ich glaube, mir etwas zu fehlen. Wobei, dieses Spiel, ich habe gerade eben 3% nach anderthalb Stunden. Ich glaube, es ist nicht gut, was wir da gemacht haben. Ach, den Hut kenne ich irgendwo hier. Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch. Oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling. Wie ein geschmiertes Getriebe. Wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge stakt. Antworten mir Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern. Entfernt vom Wunder, wundere mich. Wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot. Ich hätte dich so lassen sollen. Komm. Du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Ah, ah. Kann ich jetzt den Hutmacher steuern, oder wie? Nein. Auf jeden Fall hat er mich weitergewacht, also ist er nicht ganz so schlecht. Ja, Entschuldigung, dass ich mal mit meinem Mikrofon komme. Was ist die dumme Angewohnheit, dass ich meinen Controller immer ganz nah am Gesicht habe? Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach Verfolgung Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Kann es sein, dass der, also die Alice hat ja so ein komisches Trauma. Naja, kann sein, dass ich jetzt auch ziemlich hinterher hingucke. Wir werden uns den schottrigen Weg zur Montage ebnen. Courage, Alice. Ich krieg diese Tür schon auf. Genial. Okay, irgendwie bringt das nicht ganz so viel, wie ich gedacht habe. Ja, komm einfach her. Schleichender Durchfall. Wow. Aua, Luz. Wow. Äh. Nein! Das kann, das muss doch nicht wahr sein. Komm her. Diesmal weiß ich die Tastenkombination. Und? Wow. Das ist richtig sauer auf mich. Deswegen wohl. Nur weil ich das versuche umzubringen. Ich weiß nicht, was mit dem los Aua ist. Naja. Gut. Dann mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Auf jeden Fall. Okay. Ach, warte mal kurz. Mal gucken, ob ich neue Waffen... Ja, natürlich. Okay. Das ist schon irgendwie komisch. Also, das war ein Bug. Gibt es hier irgendwas... Ja, da vorne. Da komme ich aber von hier nicht dran, sondern von hier. Ja. So. Schieß drauf. Äh, LT. Okay. 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 Mal gucken. Okay.